Ich begrüße Sie auf meinem Kanal Arzneizeit. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und hier erfahren Sie das Wichtigste rund um Ihre Medikamente. In meinen Wirkstoffvideos erkläre ich Ihnen einmal, wie das Medikament in Ihrem Körper wirkt, gebe Ihnen auch hilfreiche Tipps zur Einnahme und beleuchte die wichtigsten Neben- und Wechselwirkungen. Meine Videos habe ich einmal bewusst in Basic und in Intensiv unterteilt. Die Basic-Variante, die richtet sich an all diejenigen unter Ihnen, die nur mal kurz das Wichtigste zu Ihrem Wirkstoff hören möchten. In der Intensiv-Variante steigen wir nochmal in Ruhe viel vertiefter ein und beleuchten alle Aspekte zu Ihrem Wirkstoff. Deshalb eignen sich die Intensiv-Videos auch sehr gut als Auffrischung für Fachkräfte. Als Apothekerin setze ich mich dafür ein, dass Sie mehr fundiertes Wissen zu Ihrem Medikament erhalten. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass dadurch das Medikament nicht nur effektiver wirken kann, sondern vor allen Dingen sicherer. Wenn Sie möchten, suchen Sie doch gleich hier unten in der Liste nach Ihrem Wirkstoff. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lernen Sie Ihr Arzneimittel näher kennen.